Ja. Ganz warm. Hallo. Wenn er da raus kann, da hat er einen kleinen Baum mit vielen Ästchen. Da hat er eine kleine Futterstelle. Da kann man prima raus. Hast du da gerade was geschenkt? Ohhhh. Habitag, zweiter Tag. Gestern um 22 Uhr hat er Klößen zu und Ruhe. Dafür war er heute morgen dann pünktlich da. Hallo. 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 Jetzt muss ich ihm auch was geben. Der hat doch gerade gekriegt. Ja, aber hast du gesehen, wie der guckt, wenn du es so machst? Ja, der weiß ja inzwischen, was dann kommt. Ja, dann mach das auch. Guck doch, jetzt hast du ihn aufgeregt. Jetzt wartest du schon drauf. Wartest du jetzt aufs Essen? Ja. Jetzt ist er ganz aufgeregt. Dann machen wir mal ganz kurz Pause. Na komm, mach auf. Jawohl, das schmeckt. Lecker. Schmecker. Siebenkorn. Bio-Brei. Ohne Milch und Zucker. Und zack. Gekackt haben wir jetzt gleich nach dem Essen. Jawohl. Wir sind satt und kacken. Sorry. Mach dich sauber. Mach dich schön. Für die Kamera. Einmal schön machen für die Kamera. Ja, hallo. Putzen. Ja, hallo. Putzen. Kacken. Sag, hallo, Fangemeinde. Hier kam ich. Ich hab grad gegessen. Und mich erleichtert. jawohl alles sauber machen weil ich glaube der hat mich beim essen bekleckert stimmt nicht aufgepasst oder warst du zu gierig hallo jawohl einmal strecken ganz groß machen ganz groß machen gucken sie in diese kamera schreiben sie in dieses mikrofon hallo kamera hier kommt hab ich weiß während der maniküre nehmen wir auch während des schminkens ja was ist los so du hast gerade gegessen du hast gerade gegessen ich weiß hast du dich schön ich kann leider nicht mehr an der kamera bewegen ich kann nicht mal zu mein ich kann ansatz frei habe ich jetzt essen das ging aber voll daneben hast du hunger hast du hunger lecker lecker schmecker wo gehst du hin das ging dann eben hast gut ja nicht zu viel also krümmeln wir uns wo geh ich hin nach da wo bist da ist er hallo 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 schönen guten tag roh jetzt immer mal ein bisschen nahe ok das war's für heute und tschüss bis dann 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 bis